Klimaschutz ist sehr wichtig, gerade auch für uns Bauern. Und wir können einiges dafür tun. Beispielsweise durch die Bildung von Treibhausgas senken in der Land- und Forstwirtschaft. Dies muss natürlich honoriert werden. Hier brauchen wir Anreizsysteme. Wir können noch mehr tun, beispielsweise über den verstärkten Einsatz von Bioenergie. Aber auch hier brauchen wir Anreizsysteme und politische Unterstützung. Wir wollen zum Klimaschutz beitragen. Wir können das und wir wollen das tun.